Avengers Endgame ist ein Mega-Mammut-3-Stunden-Filmevent der Superlative. Das ist wirklich jede Menge Laufzeit, in der sich die MCU-Regisseure so richtig austoben und jede Menge Hinweise und kleine Easter Eggs verstecken konnten. Viele davon sind sehr offensichtlich, manche davon sind auch eher versteckt und ich hab mir mal die Mühe gemacht, die wichtigsten davon für euch zusammenzustellen. Je nachdem, wie genau man dabei vorgeht, lassen sich im Grunde bis zu 200 Easter Eggs oder noch mehr finden, aber ich habe darauf verzichtet, jede einzelne Verlinkung innerhalb des MCU nochmal namentlich zu erwähnen und aufzuführen. Wir konzentrieren uns stattdessen auf die 60 wichtigsten Easter Eggs in Avengers Endgame. Mein Name ist Marc, herzlich willkommen im Comic-Laden und zur neuesten Ausgabe von On Screen, dem Comic-Film-Format mit Format. Das erste Marvel Easter Egg versteckt sich direkt in der allerersten Szene des Films. Wir sehen Hawkeye, der seine Tochter trainiert und sie dabei ebenfalls Hawkeye nennt. Das ist ein versteckter Hinweis auf Kate Bishop, die in den Comics die Rolle der weiblichen Hawkeye übernimmt, oft Seite an Seite mit dem originalen Hawkeye kämpft und eigentlich in der Community relativ beliebt ist. Ob sie nun im MCU jemals vorkommen wird oder nicht, Die Bereitschaft von Clint Barton, seinen Superhelden-Namen zu teilen, ist auf jeden Fall gegeben. Wie bei Marvel-Filmen üblich, bekommen wir am Anfang immer erstmal eine kleine Abfolge der wichtigsten Figuren im Marvel Cinematic Universe als Teil des Logos. Bei Avengers Endgame bekommen wir dieses Mal aber nur die Charaktere zu sehen, die nicht im Infinity War zu Staub zerfallen sind. Zu Beginn von Avengers Endgame ist Tony Stark im Weltall gestrandet und laut seiner Audio-Aufzeichnungen seit 22 Tagen. Diese Zahl ist kein Zufall, denn Avengers Endgame ist der 22. Film des Marvel Cinematic Universe. Nach seiner Rückkehr auf der Erde erwähnt Tony Stark seine Suit of Armor Around the World. Das ist eine Anspielung auf sein ursprüngliches Ultron-Projekt, das zukünftig Gefahren aus dem All verhindern sollte und ist somit die erste ziemlich massive Anspielung auf Avengers Age of Ultron. Ein weiteres Easter Egg aus Age of Ultron, sogar ein ziemlich wichtiges, ist Tonys Vision, die er nach der Manipulation durch die Scarlet Witch hatte. Die wird nämlich in Avengers Endgame teilweise wahr, was sich uns aber erst zum Ende erschließt. Dann sehen wir nämlich die Szenen, die Tony auch in seiner Vision gesehen hat. Zum Beispiel den zerschlagenen Schild von Captain America, Black Widow, die auf dem Rücken liegt und ziemlich tot aussieht und Thor, der in Endgame in derselben Pose auf dem Boden liegt, wie es auch in Tony Starks Vision tat. Tony Stark nennt Nebula in der englischen Sprachversion Blue Mini. Das ist eine Anspielung auf den Yellow Submarine Zeichentrick-Film der Beatles. Außerdem nennt Tony Stark den Rocket Raccoon Build a Bear. Das ist ein in den Vereinigten Staaten extrem beliebtes Kinderspielzeug. Nicht lange nach Beginn des Films besuchen oder naja eher überfallen die Avengers Thanos auf seinem Planeten The Garden. Eines der berühmtesten Bilder dort, das wir auch schon in den Trailern zu sehen bekommen haben, ist die Vogelscheuche, die aus den Teilen seiner Rüstung besteht. Das ist sogar ein mehrfacher Hinweis auf die originale Comicvorlage. Denn auch dort wird Thanos in der Tat zum friedlichen Farmer, nachdem er seinen berühmten Snap getätigt hatte. Dort allerdings bereut er seine Tat und wird später sogar ein würdiges Mitglied der Infinity Watch. Das ist im Film natürlich anders gelaufen. Ebenfalls ein Hinweis auf die Comics ist natürlich der Name des Planeten namens The Garden. So heißt der Planet auch in den Comics. Die Selbsthilfegruppe direkt nach dem 5-jährigen Zeitsprung in Avengers Endgame enthält gleich zwei ziemlich massive Easter Eggs. Das erste davon ist Joe Russo, den wir hier über sein erstes homosexuelles Stage sprechen hören. Joe Russo ist eine Hälfte des Brüderpaares Joe und Anthony Russo und somit einer der beiden Regisseure von Avengers Endgame. Außerdem stellt seine Schilderung die erste offizielle Darstellung eines homosexuellen Charakters in Avengers Endgame dar. Ebenfalls in der Selbsthilfegruppe von Captain America und Joe Russo ist dieser Mann hier und das ist Jim Stalin. Jim Stalin ist der Comicautor, der unter anderem Thanos und viele der Guardians of the Galaxy Mitglieder erfunden hat. Ebenfalls mehr als ein Easter Egg gibt die Szene rund um Ant-Man und den Quantentunnel in seinem Van her. Das erste quasi Easter Egg ist die Ratte, die in Scotts Van über die Tasten läuft und dabei zufällig die richtige Reihenfolge aktiviert, sodass der Quantentunnel wieder zum Leben erwacht und Scott Lang aka Ant-Man wieder in die Realität zurückholt. Ich mein, wie hoch war die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Das zweite, wirklich echte Easter Egg ist aber die Nummerierung des Lagerraums mit 616. Das ist kein Zufall, sondern eine Anspielung auf die offizielle Marvel-Realität in den Comics, die sich rund um Erde 616 abspielt. Ein sehr offensichtliches Easter Egg ist die Kleidung vom Rocket Raccoon nach dem 5-jährigen Zeitsprung im Film. Die sieht nämlich exakt so aus wie das Outfit vom Rocket Raccoon in den Comics. Und die Comics aus genau dieser Zeit waren die größte Inspiration für Regisseur James Gunn, anhand derer er seine Version der Guardians of the Galaxy gestaltete. Ebenfalls witzige Easter Eggs stellen die Cameos von Ken Jeong und Yvette Nicol Brown dar. Beide Schauspieler sind aus der US-Comedy-Serie Community sehr bekannt. Auch Daniel Glover, oft auch als Childish Gambino bekannt, hatte bereits einen Auftritt in Spider-Man Homecoming. Somit haben wir hier Auftritt 2 und 3. Außerdem liest Ken Jeong das Buch The Terminal Beach vom Autoren J.G. Ballard. Der ist ein Science-Fiction-Autor und das Buch handelt von einer postapokalyptischen Dystopie. Im Büro der Black Widow liefern einige der noch überlebenden Avengers ihren Rapport und einen Lagebericht ab. Dabei schwenkt die Kamera kurz auf den Schreibtisch der Black Widow, wo wir Ballettschuhe sehen. Das ist natürlich ein Easter Egg und ein eindeutiger Hinweis auf ihre Vergangenheit als Ballerina, als Teil ihrer Ausbildung als Assassinen im Red Room. Es gab ja einige Fans, die sich gefragt haben, warum Carol Danvers aka Captain Marvel plötzlich kurze Haare hat. Das ist, wie könnte es anders sein, eine Anspielung auf die Comics. Dort ist diese Kurzhaarfrisur nämlich schon seit einiger Zeit praktisches Trademark von Captain Marvel. Dass sie ausgerechnet War Machine von allen anderen Unreason Avengers darum bittet, auf sich aufzupassen, könnte ebenfalls ein Easter Egg und eine Anspielung auf die Comics sein. Es könnte nämlich sein, dass dieser Spruch schon vorwegnimmt, dass die beiden eine Romanze entwickeln werden. Das ist in den Comics nämlich ebenfalls der Fall. Ein sehr großes und offensichtliches Easter Egg, im Grunde sogar mehr als ein Easter Egg, ist natürlich Professor Hulk. Er wird zwar in Avengers Endgame nie als solcher betitelt, aber unübersehbar ist das eine Anspielung auf die in den Comics ebenfalls existierende Figur des Professor Hulk, der auch dort die Stärke des Hulk mit der Intelligenz von Bruce Banner vereint. Klappt allerdings nur für eine Zeit lang. Die Tochter von Iron Man und Pepper Potts, nämlich Morgan Stark, ist ebenfalls ein Easter Egg auf die Comics. Dort gab es ebenfalls einen ziemlich dubiosen Charakter namens Morgan Stark, der war in der Version auch nicht weiblich, ist aber wieder mal ein klares Kopfnicken in Richtung der Comicfreaks. Scott Lang aka Ant-Man möchte seine Zeitreiseversuche gerne Operation Timehaste nennen. Das macht durchaus Sinn und ist eine Anspielung auf eine Doctor Who-Folge mit dem gleichen Namen. Auch der beliebte und abgefahrene Zeitreisefilm Zurück in die Zukunft wird klar referenziert, was als Easter Egg zu werten ist. Natürlich werden auch andere Filme referenziert wie Terminator, Hot Top, Time Machine oder Time Cop. Die sind aber nicht ganz so wichtig, denn Zurück in die Zukunft hat hier eine Sonderrolle. Anhand dieser Filmtrilogie erklärt Professor Hulk den Avengers nämlich, dass Zeitreisen eben nicht so funktionieren wie Zurück in die Zukunft. New Asgard ist natürlich ebenfalls ein Easter Egg und ein Hinweis auf die Comics. In den Comics ist es nämlich ebenfalls so, dass die Heimat der asischen Götter für einige Zeit lang in den Vereinigten Staaten ist. Dort ist es aber so, dass das originale Asgard auf einer Art Fels massiv einige Meter über dem Boden schwebt. Und dort ist es Oklahoma und nicht Rönsberg in Norwegen, aber es ist ein klares Easter Egg. In New Asgard ist es auch, dass wir das erste Mal auf dem Jahr ein bisschen aus dem langen gegangenen Thor treffen. Bei ihm sind seine Buddies Kork und auch der totgeglaubte Meek, der sich wohl neu verpuppt hat und quasi wieder am Start ist. Das ist natürlich ein Doppel-Easter Egg. Zum einen ist es nämlich eine Anspielung auf Thor 3 Tag der Entscheidung und andererseits eine Anspielung auf den World War Hulk, wo Kork und Meek zu seinem Warband, also seiner Kampfgruppe, gehörten. Kork selbst ist übrigens ebenfalls ein Easter Egg. Kork wird nämlich in Avengers Endgame von Tikka Waititi gespielt. Und das geht so weit, dass er sogar das gleiche Hemd trägt, das der Regisseur oft auf Fotos trägt. Auch der Ort, an dem sich neu Asgard jetzt befindet, ist ein Easter Egg. Und zwar soll es Trönsberg in Norwegen sein. Das ist der Ort, an dem der Red Skull in Captain America den Tesseract gefunden hat. Und es ist der Ort, an dem Thor und Loki das letzte Mal ihren Vater Uding gesehen hatte und der ihnen sagte, dass genau hier sehr wohl Asgard sein könnte. Wir bleiben nochmal in New Asgard. Dort sehen wir nämlich eine ziemlich starke Popkulturreferenz, die natürlich ebenfalls als Easter Egg zu werten ist. Und zwar spielen Thor, Kork und Meek den beliebten Battle Royale-Shooter Fortnite. Ein kleines Easter Egg versteckt sich noch in dem Hinweis auf Mantis, auch wenn Rocket Raccoon nicht weiß, wie ihr Name ist und sie nur The Chick with the Antenna nennt. Dass Iron Man den etwas aus der Form geratenen Thor Lebowski nennt, ist ebenfalls ein Easter Egg und ein Hinweis auf den Kultfilm The Big Lebowski. Außerdem nennt Tony Stark Thor auch einmal Yellow Bustard und das ist eine Anspielung auf den Charakter aus Sin City. Der ist ebenfalls nicht mehr so dolle gebaut und hat vor allem einen ziemlich großen Bauch. Ein weiteres Easter Egg, das man ganz schön leicht übersehen kann, ist das Eis, das Professor Hulk in einer Szene ist. Das ist nämlich Hunker-Hulker Burning Fudge. Ein beliebtes Eis, das auch schon von Wong in Infinity War gegessen wurde. Wenn es um lustige Spitznamen geht, macht Iron Man ohne Probleme Sawyer aus Lost Konkurrenz. Er nennt zum Beispiel Ant-Man Thumbelina im Englischen, also Däumelinchen im Deutschen und das ist ein bekanntes Märchen. Wer es noch nicht kennt, der sollte es mal lesen. Wir sind aber noch nicht am Ende mit den lustigen Spitznamen, denn auch Stuart Little fällt als kleiner Stark-Jarkose-Name für Ant-Man. Und das ist natürlich ein Hinweis auf den gleichnamigen Film. Ein weiteres direkt aus den Comics-Stammen des Easter Egg ist die Figur des Ronin. Hawkeye wird zwar in Endgame nie offiziell so genannt, das Outfit ist aber praktisch 1 zu 1 aus den Comics übernommen. Hatten wir eigentlich schon den Fall, dass Tony Stark lustige Namen vergibt, die Popkultur-Referenzen darstellen und daher Easter Eggs sind? Hä? Sei's drum! Auf jeden Fall nennt der Rocket Raccoon an der Stelle auch Ratchet und das ist natürlich eine Anspielung auf das Computerspiel Ratchet & Clank. Außerdem benutzt Tony offensichtlich Axt-Körperspray. Das wird nämlich von Ant-Man festgestellt, der an ihm schnüffelt und dann klar feststellen kann, dass es sich um Axt handelt. Ich könnte das nicht, ich rieche aber auch nicht so oft an fremden Männern. Eine Stelle, an der im Kino ziemlich viel gelacht wurde, war die Fahrstuhlszene aus Avengers Endgame. Hier dachte man zunächst daran, dass der berühmte Fahrstuhlkampf aus Captain America Winter Soldier nochmal wiederholt wird, aber dem war nicht so. Stattdessen überlistete Captain America die Hydra-Schurken, indem er einfach nur sagte Hail Hydra. Das ist ein Easter Egg und eine Anlehnung an das Comic-Event Secret Empire, das absolut schockierend war, weil sich dort herausstellte, dass Captain America im Geheimen schon immer ein Agent für Hydra war. In Avengers Endgame sehen wir die Szenen aus dem Jahr 2012 und dem ersten Avengers Endgame aus einem anderen Blickwinkel. Unter anderem sehen wir die Übergabe des Tesserakts an Alexander Pierce, der von Robert Redford gespielt wurde. Das alleine ist natürlich schon eine Anspielung an den Winter Soldier beziehungsweise den Film Captain America Return of the First Avenger. Das wahre Easter Egg ist allerdings hier die Frage an Thor, wohin sie wollten, der in der englischen Version sagt Lunch, then back to Asgard. Die Anspielung auf den Lunch ist wiederum ein Easter Egg auf das Ende von Avengers, in dem Tony Stark vorschlägt, mal Shawarma essen zu gehen. Diese Post-Credit-Szenen aus Avengers wurde übrigens von Robert Downey Jr. improvisiert. Ein ziemlich cooles Easter Egg also. Natürlich ist ein riesen Easter Egg der Cameo von Stan Lee. Ich denke, es ist nicht so viel gesagt, wenn ich sage, wir alle haben uns über diesen letzten Cameo von Stan Lee sehr gefreut und wir alle sind sehr dankbar für all die tollen Storys und Geschichten und Charaktere, die Stan Lee uns hinterlassen hat. Ruhe in Frieden, Stan Lee. Als Steve Rogers und Tony Stark zurück nach 1970 reisen, reisen sie ins Camp Lehigh. Das ist eine Anspielung auf den ersten Captain America Film. Es ist nämlich der Name des Camps, in dem er selber trainiert und ausgebildet wurde. Außerdem ist es eine Anspielung auf Captain America 2, denn es handelt sich dabei um den gleichen Bunker, in dem Ned und Cap zunächst festgehalten wurden und der später zerstört wurde. In Camp Lehigh können wir außerdem einmal einen Blick auf den ersten Ant-Man-Helm von Hank Pym werfen. Der stammt 1 zu 1 aus den Comics und ist somit wieder eine weitere Comic-Referenz. Eine weitere Referenz sowohl an die Comics als auch auf die Vergangenheit des MCU ist der Satz von Howard Stark, als er äußerte, er sei unterwegs, um sich mit Arnim Sola zu treffen und mit ihm etwas zu besprechen. Zu diesem Zeitpunkt gehört Arnim Sola bereits zu Hydra, die bereits S.H.I.E.L.D. unterwandern. Ein klares Easter Egg also an Filmen und Comics. Der Anzug, den Steve Rogers 1970 während seiner Zeitreise in Camp Lehigh trägt, ist ebenfalls ein Easter Egg. Der Name auf dem Etikett lautet nämlich Roscoe und das ist eine Anspielung auf die Comics und den Charakter Roscoe Simmons. Zu der Zeit nämlich als Captain America nicht Captain America, sondern Nomad war, war es so, dass einige andere Charaktere in die Rolle des Captain America schlüpften. Einer davon war Roscoe Simmons, nur lief das nicht gut für ihn. Er wurde nämlich vom Red Skull entführt, gefoltert und umgebracht, weil dieser damit die Aufmerksamkeit von Captain America auf sich ziehen wollte. Das hat auch funktioniert, leider aber zu spät für Roscoe Simmons. Ein weiteres ziemlich wichtiges Easter Egg mit möglicher Signalwirkung für die Zukunft ist der Auftritt des Fahrers und Butlers Jarvis. Der ist nicht nur die Inspiration für die künstliche Intelligenz von Tony Stark, aus der später einmal The Vision werden wird, sondern es handelt sich auch um den ersten Auftritt einer Figur aus dem Marvel-Serien-Universum auf der großen Leinwand. Bei dem Abschnitt des Time Hastes, in dem sich Rocket Raccoon und Thor zurück in die Zeit von Thor The Dark Kingdom begeben, klaut Rocket Raccoon den Ätter. Asische Wachen verfolgen ihn dabei und rufen in der englischen Version Get the Rabbit, in der deutschen vermutlich schnappt das Kaninchen. Das ist natürlich eine Anspielung auf den Infinity War, in dem Thor Rocket Raccoon lustigerweise immer ein Kaninchen nennt und es bedeutet, dass offenbar alle Asen Rocket Raccoonen für einen Kaninchen halten. Als Nebula vom Planeten Wormir erzählt, nennt sie den Planeten in der englischen Sprachversion einen Planeten in the center of celestial space. Das ist natürlich eine Anspielung an die Celestials, die wir bisher aus den Comics kennen, von denen wir aber auch wissen, dass sie im Marvel Cinematic Universe existieren oder existiert haben. Die Celestials haben außerdem in den Comics zumindest die Eternals erschaffen und die wiederum bekommen bald einen eigenen Film im Marvel Cinematic Universe. Als sich Clint Barton und Natasha Romanoff in der Benatar aufmachen und einen Hyperraumsprung wagen, kann sich Clint Barton einfach nicht der Magie des Moments entziehen und sagt begeistert zur Black Widow, it's a long way from Budapest. Das ist natürlich eine Anspielung auf den ersten Avengers Film und auch auf Winter Soldier. Wir wissen halt immer noch nicht, was damals in Budapest passiert ist. Vielleicht erfahren wir es ja im Black Widow Solo Film, aber Mensch, wir wollen es wirklich endlich wissen, ja. Nach dem ziemlich überraschenden, irgendwie ein bisschen unlogischen und verdammt gemeinen Angriff von Thanos auf die Avengers Basis überleben die meisten, weil der mächtige Professor Hulk im Grunde das gesamte Erdreich über ihnen nach oben drückt. Die Szene, in der wir das zu sehen bekommen, ist eine klare Anspielung auf den Comics Secret Wars 4. Dort haben wir nämlich die gleiche Szene schon zu sehen bekommen. Zur großen Schlacht in Avengers Endgame ruft Steve Rogers zum ersten Mal den in den Comics berühmten Spruch Avengers Assemble, zu deutsch Avengers Sammeln. In den Comics ist das ehrlich gesagt ziemlicher Standard und wird eigentlich immer ausgerufen, sobald sich mehr als zwei, drei Avengers auf einem Fleck befinden. Das Marvel Cinematic Universe hat sich aber bisher einen richtigen Spaß daraus gemacht, es nie auszusprechen. Daher ein riesen Easter Egg und eine sehr willkommene Referenz für alle Comic Fans. Als sich Spider-Man daran versucht, den Infinity Gauntlet vor dem verrückten Titanen zu retten, schaltet er einmal in den Instant-Kill-Modus um. Das ist eine direkte Anspielung an Spider-Man Homecoming, wo dieser Modus zwar schon in seinem Anzug vorhanden ist, er ihn aber aus Versehen um ein Haar aktiviert hätte. Als dies gar nicht wützig daran macht, den verrückten Titanen Thanos in aller Ruhe in seine Eiselteile zu zerlegen, befiehlt er seinen Schiffen mitten in die Menge zu feuern, im vollen Bewusstsein, dass er dabei auch seine eigene Armee bombardiert. Das ist ein gar nicht mal so verstecktes kleines Easter Egg, das uns an Edward the Longshanks aus Braveheart erinnern soll. Natürlich gibt es diese gigantische, fantastisch großartige Szene in Avengers Endgame, in der Captain America würdig ist, Thors Hammer zu tragen, somit auch die Kraft des Donnergotts bekommt und Thanos zunächst mal ordentlich einheizt. Das ist eine Anspielung auf die Comics, dort ist es schon dreimal geschehen, nämlich sowohl 1988 als auch im 2011er Event Fear Itself und nochmal 2017 während Secret Empire. Letzteres war besonders kontrovers, denn dort gehörte Cap bereits zu Hydra, war aber trotzdem noch immer würdig, den Hammer zu heben. Im finalen Kampf um den Handschuh und gegen Thanos Armee kommen die ganzen Superhelden zu Captain Americas Hilfe. Gott sei Dank. Dabei sehen wir unter anderem auch Pepper Potts in der Rescue Armor, ebenfalls ein direkter Hinweis auf die Comics, denn dort gab es die Rescue Armor ebenfalls. Allerdings war sie dort ein rein defensiver Anzug, der ausschließlich dazu dienen sollte, Pepper Potts zu beschützen, ist aber trotzdem ein ganz netter Hinweis. Eine absolut großartige Frauen-Power-Szene in Avengers Endgame ist es, als sich die ganzen Mädels den Handschuh immer weiter erreichen, um ihn Thanos vorzuenthalten. Manche mochten die Szene nicht so gerne, mir persönlich hat sie aber gut gefallen, denn sie zeigt nicht nur, was für Powerfrauen im MCU so herrschen, sondern es ist auch eine ziemlich direkte Anspielung auf eine reine Frauen-Superhelden-Gruppe in den Comics, nämlich A-Force. Ich bin mir relativ sicher, da es hier auch schon Gerüchte aus dem Marvel-Umfeld gab, dass wir hier nicht nur ein Easter Egg gesehen haben, sondern einen konkreten Hinweis auf die Zukunft des MCU. Auch die Szene, in der Tony Stark den Stark-Gauntlet praktisch im Besitz hat, mit allen Infinity Stones und wir ihn so richtig gut zu sehen bekommen, ist eine Anspielung auf die Comics. Dort hat Tony Stark nämlich ebenfalls einmal alle Steine zusammen und hat sich seinen Infinity Suit gebaut, und zwar im Jahr 2011. Ihr seht also, die meisten der Easter Eggs sind oft auf die Comics zurückzuführen, gerade für Comic-Freunde ist das aber dafür auch richtig toll. Einer der tragischsten Sätze, zumindest in diesem Zusammenhang, in ganz Avengers Endgame ist es wohl, als Tony Stark sagt, ich bin Iron Man. Das schließt den Kreis zum ersten Iron Man Film 2008 und ist somit ein klarer Hinweis und zugleich auch eine Hommage an den ersten Film, der das MCU losgetreten hat. Eine weitere Comic-Anspielung finden wir in der Figur des alten Steve Rogers. Das passiert in den Comics ebenfalls, auch wenn es dort ein bisschen anders abläuft. Dort wird Captain America nämlich unfreiwillig das Super-Soldaten-Serum aus seinem Blutkreislauf entfernt und er ist dann somit rapide gealtert. Er ist aber immer noch super badass und wird dann zu Recht eine ganze Zeit lang der Anführer von S.H.I.E.L.D. Später wird er allerdings wieder verjüngt, nicht zuletzt durch den Red Skull, der ihn dann für seine eigenen Pläne rund um das Event Secret Empire einspannt. Das könnte also durchaus auch bedeuten, dass es auch noch für Steve Rogers einen Weg gibt im MCU, wie er wieder jung gibt. Also wer weiß, ob wir Chris Evans und Robert Downey Jr. nicht doch nochmal im MCU in ihrer bisherigen Form zu sehen bekommen. Erneut straight aus den Comics ist die Figur des Sam Wilson, der später zu Captain America wird. In den Comics schlägt er sich sogar richtig gut, auch wenn er auf ganz lange Sicht natürlich seinen Posten wieder an den originalen Captain America abgeben wird. Ob das im MCU genauso läuft, würde ich jetzt erstmal bezweifeln, aber auf jeden Fall eine coole Referenz und ich muss sagen, ich freue mich auf Falcon als Captain America. Zum Ende von Avengers Endgame in einer Szene, die eigentlich auch eine Post-Credit-Szene sein könnte, kabbeln sich Thor und Starlight ein bisschen darüber, wer die Guardians of the Galaxy anführt und dabei fällt auch scherzhaft der Name Asgardians of the Galaxy. Die Asgardians of the Galaxy gab es auch als Comic und zwar als reichlich schrägen Comic. Allerdings hat Thor dort nicht mitgespielt, dafür aber ein Frosch-Thor ist doch auch eine geile Idee. Unser vorletztes Easter Egg ist Harley Keener. Das ist der kleine Junge aus Iron Man 3 und er taucht bei Iron Man's oder in dem Fall Tony Stark's Begräbnis auf. Das sollte auch die Frage viele Leute beantworten, wer der geheimnisvolle Teenager war. Es war Harley Keener aus Iron Man 3. Wir kommen zum letzten Easter Egg und um das mitzukriegen, musste man dann eben doch bis ganz zum Ende des Abspanns des Films abwarten. Dann hört man nämlich ein dreimaliges Hämmern. Dieses Hämmern ist das Hämmern von Tony Stark, als er sich gerade seinen allerersten Iron Man-Anzug in der Höhle baut, in der er festgehalten wird von der Terrororganisation der Zehn Ringe. Wow, langer und komplizierter Satz. Das dreimalige Hämmern ist somit eine direkte Hommage an den ersten Iron Man-Film und an Tony Stark, aka Robert Downey Jr., die sozusagen in Personal Union das Marvel Cinematic Universe gestartet haben. Und natürlich lässt es uns auch einen Funken Hoffnung, Tony Stark vielleicht in der Zukunft wiederzusehen. Und das waren sie also, die 60 absolut wichtigsten Easter Eggs aus Avengers Endgame. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr alle erkannt habt und euch alle aufgefallen sind oder ob ihr sogar noch mehr gesehen habt, die mir nicht aufgefallen sind, die aber so wichtig sind, dass wir sie unbedingt besprechen sollten. In diesem Fall haut ihr mir eure Meinung direkt hier unten gleich jetzt in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich außerdem über einen Daumen nach oben und wer neu ist hier auf dem Kanal, der aktiviert am besten die kleine Glocke, natürlich nachdem er den Abo-Button gedrückt hat, um keine weiteren Videos mehr hier aus dem Comic-Laden zu verpassen. Mein Name ist Marc, ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, passt auf euch auf und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.